Musik Ahoi und herzlich willkommen zur 5. Wochenshow World of 4 Ships von und mit eurem Hoda ab jetzt immer freitags. Und los geht's mit der offiziellen WoWs Website und zwar mit der Dreadner Challenge. Die läuft noch bis zum 25. Juli und ihr könnt da etliche tolle Preise gewinnen. Sowas wie 15 Tage Premium Spielzeit, 3 Liegeplätze und 10 Wirtschaftsflaggen etc. etc. Was müsst ihr dafür tun? Ihr solltet mit eurer HMS Warspite oder eurer USS Arizona ins Gefecht gehen und so viel wie möglich EP erfahren. Ihr könnt allerdings auch gewinnen, wenn ihr diese beiden Schiffe nur im Gefecht trefft und wahnsinnig viel EP zusammenfahrt. Einsenden müsst ihr die Gefechtsergebnisse nicht. Die werden von Wargaming direkt aus den Statistiken ausgelesen. Tja, ein neues Ausbildungslager gibt es auch. Versenkt sie alle, heißt das Ding. Und die neunte Regel des Ausbildungslagers lautet, konzentriert euch darauf Schiffe zu versenken und es geschieht schneller als ihr glaubt. Versenkt sie alle. Ja, einer meiner Lieblingswahlsprüche. Wie ihr seht, besteht das Ausbildungslager wieder aus drei Teilen und ihr könnt bei Erfüllung wieder mehr oder minder nützliche Preise gewinnen. Die deutschen Schlachtschiffe kommen bald. Eine Kurzmeldung von Wargaming, wo ihr schon immer mal den deutschen BB Baum so halbwegs einsehen könnt. Allerdings ist der Zeitraum bald doch etwas nebulös. Handelt es sich dabei um den Zeitraum bis zu meinem morgendlichen Toilettengang oder geht es eher um 12 Zillionen Dekaden? Also in etwa der Zeitraum, wo das Zentralgestirn unseres Sonnensystems seinem Ende entgegen geht. Jedenfall habe ich in irgendeinem Interview gelesen, dass die deutschen Schlachtschiffe frühestens zur Gamescom kommen werden. Frühestens zur Gamescom? Moment. Frühestens? Habe ich das richtig gehört? Ich hoffe, ihr macht keinen Rückzieher und das Ding verschiebt sich wieder nach hinten, Wargaming. Naja, zumindest macht die neueste Nachricht da etwas Mut. Da geht es nämlich um die deutschen Zerstörer der Navi-Klasse. Und zwar ist das ein ganz hübsches Video, wo dann doch einige wirklich, wirklich interessante Daten rumkommen. Schaut euch das Ding einfach mal an und hoffen wir mal, dass das doch ein Hinweis auf den deutschen Baum ist. Ja, und weiter geht's. Der Event-Kalender ist dran und zwar vom 16. bis zum 19. Juli haben wir das Wochenend-Special-Flugzeugträger im Fokus. Ist noch nichts genaues bekannt, aber ich denke mal, die Dinger werden einfach wieder billiger sein. Und für alle, die Flugzeugträger lieben, ist das doch wirklich mal eine gute Nachricht. Auch im Premium-Laden ist wieder so einiges geboten. Die USS Arizona gibt es und zwar in zwei fetten Bundles. Einmal die Ultimative und einmal das Superlative. Ja, da ist noch jede Menge kleines Geschrabel dazu. Bei Superlative gibt es sogar noch eine einzigartige Flagge. Wem das alles zu viel ist, der kann dieses Schiff natürlich auch noch normal erwerben. Mit nur einem Liegeblatt für 25,40 Euro. Ich würde mal sagen, ist auf jeden Fall kein schlechtes Angebot, da die USS Arizona doch wirklich ein hübsches und nettes Schiff ist. Damit kann man richtig was reißen und auch so den einen oder anderen Credit hereinfahren. Ja, im Forum war ich auch mal wieder unterwegs und da ist mir ein Beitrag aufgefallen. U-Boote, WG will uns veräppeln. Ja, da bezieht sich einer auf eine Meldung, die, sagen wir mal, etwas zweideutig ist. Nein, das ist wirklich eine Falschmeldung gewesen. Und zwar ging es hier um einen Übersetzungsfehler. Sowas kommt halt vor, wenn man vom Russischen ins Englische, ins Koreanische, anschließend ins Aramäische und zurück ins Deutsche übersetzt. Tja, Pech gehabt, wird keine U-Boote geben. Ja, auf Seite 1 hat es auch wieder der Beitrag, warum keine BBs mehr gespielt werden, der schleichende Tod geschafft. Mittlerweile sind wir da auf Seite 143. Ja, mein Gott, will dieser Beitrag denn überhaupt nicht sterben? Ja, kommen wir nun zur Rubrik Weisheit der Woche. Wenn es in den Ohren brummt und pfeift, dann hat der Schuss nicht nur gestreift. Ja, bei Heroes of the Week geht es diesmal um die Vorfahrt auf dem Meer. Diese beiden Kapitäne waren sich nicht wirklich einig, wer von beiden denn hier Vorfahrt hat. Das Ergebnis dieser Diskussion war, dass sie sich in ihren Aufbauten verfingen und so nicht mehr voneinander lassen konnten. Ja, sowas passiert halt, wenn man zu lange im Scope respektive auf der Tactic Map verweilt. Vielleicht sollten wir Wargaming an dieser Stelle bitten, Bojen mit eindeutigen Verkehrszeichen aufzustellen. Und hier kommt der Hot Shot of the Week. Ja, ich war in den gewerteten Gefäßen unterwegs und da läuft mir doch Prominenz über den Weg. Aaron in seiner Nagato nicht lange gezögert nachgeladen ist. Wir warten noch einen Moment, bis er da quer dreht und dann schauen wir mal, ob wir ihm da eine richtige überbraten können. Und raus geht die Salve mit den 410mm Geschützen auf 13,6km. Die Salve fliegt es unterwegs, 60.000 Punkte hat er noch und da schlägt es ein und es bleiben ihm gerade nochmal 10.000 Punkte. Und somit wäre auch bewiesen, Prominenz schützt vor Schaden nicht. Und hier noch eine Sondermeldung. Das Reichsmarineministerium gibt voller Wehmut bekannt. Die Türpitz ist gesunken. Tja und das war es ja auch schon wieder. Die fünfte nicht ganz ernst gemeinte Wochenshow World of Warships. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder hier auf HOTA TV und bis dahin, denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.